Vor einer Woche haben sich viele Menschen gefragt, wie Papst Benedikt wohl in England aufgenommen werden würde und ob man den Besuch als Erfolg oder als Reihenfall werten werde. Nun, die Bewertung steht fest und heute werden wir im Vatikan-Report darüber sprechen. Und ich bin Cindy Butten, CNS-Rom-Korrespondentin. Das Erste, was über den Papstbesuch gesagt werden muss, ist, dass die Vatikan-Vertreter über den Verlauf sehr erfreut waren. Sicherlich gab es Proteste, die größten Proteste, die Papst Benedikt jemals entgegenschlugen. Aber die Massen, die kamen, um den Papst zu hören, waren im Vergleich viel, viel größer. Und das ganze Land, vor allem die Massenmedien, schienen mit dem von ihm Gesagten einverstanden gewesen zu sein. Das war es, was dem Vatikan wichtig war. Die Menschen hörten zu. Was in Großbritannien geschah, war etwas, was wir schon vorher bei Papstbesuchen beobachtet haben. Es habe viele negative Berichte im Voraus, sogar Gerüchte, dass der Papst für sogenannte Verbrechen gegen die Menschheit verhaftet werden solle. So viele, dass die Menschen dessen überdrußig wurden. Vielleicht war die Presse auch dessen müde. Dann, als der Papst ankam, sahen und hörten die Menschen eine reale Person, keine Medienkarikatur. Dies ist etwas, was sich immer positiv für den Papst ausgewirkt hat. Seine Reden waren nachdenklich, inhaltsvoll und herausfordernd. Richtig, wie es der Premierminister David Cameron ausdrückte, der Papst bewege die Briten zum Aufstehen und zum Denken. Und der Papst wählte nur wichtige Themen. Er sagte, dass die Religion in der Gesellschaft marginalisiert würde und warnte davor, was er aggressive Formen des Atheismus nannte. In seiner bedeutenden Ansprache in Westminster Hall legte er die Vision der rechten Stellung der Religion in der Zivilgesellschaft aus. Was diese Ansprachen so effektiv machte, war zu zeigen, wie der Glaube die Gesellschaft beeinflussen kann. Er wählte dafür Beispiele aus Englands eigener Geschichte. Menschen wie Florence Nightingale, die den Kranken dienten, oder David Livingstone. Natürlich, es sind nicht nur Ansprachen und Predigten, auf die die Menschen reagieren. Ich denke, eines der wichtigsten Ereignisse war, als der 83-Jährige mehr als eine Stunde mit 4000 Schülern verbrachte, mehr Zeit als ein Zeitplan voraussah und zu Beginn eines anstrengenden Tages in London. Die Kinder hatten ihm eine Menge zu erzählen und der Papst war geduldig und dankbar. Das hat Eindruck auf die Leute gemacht. Eine Zeitung sagt am Folgetag, dies ist ein Papst, der sich die Zeit nahm, mit seinen Gästen liebenswürdig zu plaudern. Und diese wiederum sahen einen menschlichen Papst, keine ferne ideologische Gestalt. Die Reise zeigte auch, dass Papst Benedikt nicht davor zurückscheut, über die klerikalen Missbrauchsfälle zu reden. Er hat sie fünfmal zur Sprache gebracht, im Flugzeug nach Rom, bei der Messe in London, beim Treffen mit den Opfern und den Kinderschützern und bei den britischen Bischöfen. Er drückte seine Sorge, Trauer und Scham über die Fälle aus und sagte, dass die Kirche bei der Vorbeugung und Untersuchung nicht wachsam genug gewesen sei. Nun, diese Worte haben zwar einige Kritiker nicht befriedigt, die mehr Verantwortlichkeit und die Absetzung von Bischöfen fordern, aber ich denke, dass der Papst die britischen Katholiken mit dem Eindruck verließ, dass er nicht vor den Problemen weglaufen will und dass es weiterhin ein Thema offener Diskussion in der Kirche bleiben wird. Ich bin John Davis. Und ich bin Cindy Wooden, katholischer Nachrichten.